Das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung geht zwei drängende Probleme an. Erstens muss die Schweiz die Unternehmenssteuer anpassen, damit sie internationalen Anforderungen entspricht und wettbewerbsfähig bleibt. Zweitens bringt das Gesetz der AHV mehr Einnahmen, denn die AHV steckt zunehmend in finanziellen Nöten. Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Worum geht es im Detail? 2017 wurde über zwei Vorlagen abgestimmt, die die beiden Probleme lösen wollten. Beide, die Unternehmenssteuerreform 3 und die Altersvorsorge 2020, wurden abgelehnt. Daraufhin haben Bundesrat und Parlament ein neues Gesetz erarbeitet. Es verknüpft die Anliegen und beinhaltet eine Steuerreform und eine Zusatzfinanzierung für die AHV. Das Ziel ist ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und die Stärkung der AHV. Der erste Teil der Vorlage sieht vor, die heutigen Steuervergünstigungen für überwiegend international tätige Firmen abzuschaffen. Das ist nötig, weil sie nicht mehr den internationalen Anforderungen entsprechen. Künftig würden für alle Unternehmen in der Schweiz die gleichen Regeln gelten. Damit der Wirtschaftsstandort Schweiz attraktiv bleibt, würden neue international akzeptierte Steuerermässigungen eingeführt. Diese Vergünstigungen erhielten alle Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Schliesslich sieht die Reform vor, dass Aktionärinnen und Aktionäre höhere Steuern auf Dividenden bezahlen müssen. Umgesetzt würde die Reform vor allem in den Kantonen. Viele planen, die Steuern für Unternehmen zu senken. Kurzfristig hätte die Steuerreform tiefere Einnahmen für Bund und Kantone zur Folge. Es geht um schätzungsweise 2 Milliarden Franken pro Jahr. Die genauen Auswirkungen hängen allerdings von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie die Kantone die Reform umsetzen oder wie die Unternehmen darauf reagieren. Langfristig könnten gemäss einer Studie der eidgenössischen Steuerverwaltung sogar Mehreinnahmen gegenüber heute resultieren. Der zweite Teil der Vorlage sieht vor, dass die AHV jährlich 2 Milliarden Franken mehr erhält. Das ist nötig, weil die Einnahmen der AHV schon heute nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Zudem erreichen in den kommenden Jahren geburtenstarke Jahrgänge das Pensionsalter. Für die Finanzierung würden die Lohnabzüge um 0,3 Prozent erhöht. Pro 1.000 Franken Lohn entspricht das für Arbeitnehmende und Arbeitgeber je 1,50 Franken. Das wäre die erste Erhöhung der Beiträge an die AHV seit 40 Jahren. Zusätzlich würde der Bund seinen Beitrag an die AHV um 800 Millionen pro Jahr erhöhen. Das Gesetz wird von verschiedenen Komitees bekämpft. Das eine argumentiert, es handele sich um einen Steuerpschiss, wie schon bei der Unternehmenssteuerreform 3. Die Bevölkerung müsse die Steuergeschenke an die Unternehmen bezahlen. Die Vorlage beschere dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden Milliardenverluste. Das führe zu Abbaumassnahmen bei Bildung, Krippen und Pflege. Das andere Komitee findet, die Verknüpfung der beiden Vorlagen sei ein Affront gegen die Demokratie. Die Reform verhindere eine unverfälschte Stimmabgabe. Und die Finanzspritze für die AHV lenke von dringend nötigen strukturellen Reformen ab. Aus Sicht von Bundesrat und Parlament ist das Gesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung ein guter Kompromiss, von dem Bevölkerung und Wirtschaft profitieren. Die Reform schaffe attraktive Bedingungen für alle Unternehmen in der Schweiz. Sie fördere die Innovation und sichere Arbeitsplätze. Die 2 Milliarden Franken pro Jahr seien ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Renten. Die AHV brauche rasch mehr Geld. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Vorlage anzunehmen.